Achtung, jetzt kommt ein Witz. Ich habe echt eine coole Story und zwar von Hannes. Kleiner Dialog, ich gebe ihn einfach so, wie er kurz vor der Sendung passiert ist. Es war ein Nerd-Gespräch, ich gebe es zu, es ging um Knight Rider. Also Knight Rider-Fans werden es raffen, alle anderen nicht. Okay, ich setze mich schon mal. Pass auf, ich sage, verdammt, ich hätte gerne ein Kit, ein Knight Industries 2000. 2000 hast du gesagt? Dann sagt der Hannes, ich hätte lieber ein K. Und ich so, was, du weißt ja nicht mal, wofür K steht. Und ich so, natürlich weiß ich, wofür K steht. Achtung, jetzt kommt es, Kit's Arch Enemy. Ich wusste es nicht, ich habe etwas erfunden, was soll das? K. K. Okay, für was steht es? Ich weiß ja nicht, was es steht, aber es steht, wenn überhaupt für K. Das ist der Erzwein von Kit. Kit's Arch Rival, aber nicht Enemy, sonst hieß es ja K. Klingt aber cooler. Ich wusste bisher gar nicht, dass es den Kerl gibt. Egal. Kommen wir zum Thema.